Was wollen Sie denn? Der Verdächtige hat einen Fußgänger erwischt. Wir versperren ihm den Weg. An alle, Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Das ist nicht witzig. Geh in Weckung! Auf Hinweckung! Mir platzt das Trommelfeld! Haltet die Augen auf! Er muss doch hier sein. Wir sehen noch mal nach. Over! Wir weiten das Suchgebiet noch Süden aus. Officer verletzt! Wiederholen Officer verletzt! Verdächtiger in Sicht! Leisten Luftunterstützung! Geh! Geh!